hallo ich glaube es ist herrfurt base herrfurt ist das nicht in sachsen erfurt ist in thüringen erfurt landeshauptstadt herrfurt herrlich season 3 Das heißt genau, wo du auch sagst, das steht hier. Ja, die hier-Base, es hört so dämlich an. Ford von hier. In der Regel ist das die Autowerkstatt von Ford. Das ist sogar die Base, die Hauptstation von Ford. Das wäre ja Mainz so einfach. Hier Ford Base, da bin ich nur der Bindestrich. Wie, wenn die Autos sind. Boah, ich hab mal auch den Bindestrich vergessen, ey. Wer liegt denn da schon wieder so lange, hä? Keiner von uns, ich weiß nicht. Da hat keiner einen Hyping bei den Gegnern. Ich hab nix getan. Na, die Autos müssen erst geladen werden. Die Karosserien. Das ist hier ein Ford? Ich glaube, das ist kein Ford. Ich weiß gar nicht, ein amerikanisches Herford, glaube ich, tatsächlich einfach. Das ist keine Automarke, Max. Was? Normalerweise waren die Ami-Bullen Ford größtenteils. Gibt's nicht sogar auch Mustang-Polizeiwagen? Ja, ganz viele. Die gehen auf die Straße. Das entscheidet jedes Sheriff's Department für sich selber. Chef-Rolle, Ford, Mustang, Deutsch. Ich würde auch sowas nehmen. Wir haben alles. Oder ein Porsche oder sowas. Das ist ein deutsches Fahrzeug. Ach nee, da kann man kein... Warte mal. Muss er hat, da ist dann Zweisitzer, oder? Vodka. Ist ein Musser ein Zweisitzer? Nein, du hast hinten eine Rückbank. Da kannst du aber nichts draufsetzen, außer dir. Der Gefangener passt aber rein, oder? Nein, Kinder. Da kannst du ja die Rückbank legen. Das war's auch. So, haben die Stacheldrahten hier? Stacheldraht haben sie, ja. Stacheldrahten, sehr wahrscheinlich. Stacheldrahten, sehr wahrscheinlich. Nein, ich hab die hier, die Mauer zieht. Wo war das? Stacheldrahten, Schatzhäuser? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Na gut, oben ist alles auch auf. Auch aufräumen. Die ganzen Türen. Und das Strom weg. Was? Keine Autos werden mehr produziert. Leute, die Straßen angehalten. Die waren ganz oben, ganz oben. Da krieg ich auch noch in der Tür. Ach so. Langer Gang, Mittelgang einer. Mittelgang down. Ja, guck mal, da ist er. Hi. Da ist Echo. Echo ist down. Oben habe ich. Echo ist down, Jo. Ich habe auch oben ein. Ich rufe an. Ist der Dropper auf? Guckt, ob der Dropper auf ist. Dropper ist offen. Dropper ist offen. Scheiße, da müssen wir da auch noch drauf machen, ne? Ja, die sind oben. Man hat es gerade gehört. Oh ja, die Fenster sind da oben, hier oben. Oh Gott, das ging nicht zu weit. Ja, ging sogar. Maxi, wir müssen hier rein rein. Ich blente. Ich habe reingeflasht. Ich blente. Ich habe reingeflasht. Einer down. Ist er im Raum drin, rechts um die Ecke, slow. Ja. Da war der offene Dropper plötzlich geschlecht für die. Ja. Aber das war ein schön schneller Zugriff, ey. Was war das denn für eine Waffe im Hintergrund, ey? War das ein Flak? Nee, das war hier von der DMR. Die MK16. Ah, die Waffe. Oh. Spastis. Hier in Herford, ey. Die sind auch bei TDM dabei. Bitte, bitte, bitte. DDM, ey. Bei der DDM. Bei der DDM Racing, ey. DDM. Die hier vor der Base. Da draußen ist es auch eine Teststrecke, oder? Ja, und ein Friedhof, tatsächlich. Oh, direkt nebeneinander, ne? Eins zum anderen. Ja, weil wir hier für eine andere Autofirma wollen, dass wir... Das ist hier das Testgelände, eigentlich. Das ist die eigentliche Story. Und deswegen sind wir hier, um das auch zu klären, in Herford. Was machen wir denn hier zu? Wir klauen den neuesten Erlkönig. Den Sperlingsbrin. Wer macht denn daten? Echt? Eine Drohne habe ich. Müssen wir auch gleich sehen, warum. Oh, du bist ein Schlingel, ey. Das ist unglaublich. Dritte Drohne. Wo brauchen wir denn noch Wände? Eigentlich überall. Ach, Wände, Schmände, sag ich mal. Heißt das so? Das Fenster darf nicht fallen, wo ich jetzt dran mache. Tschüss. Du bringst halt richtig fest. Das Fensternt alle. Oh, Mann. Wenn der das auch so blöd sagt. Halt das fest. Halt das fest. Okay, ich stelle mich hierhin, ich halte es fest. Der Drohne ist hierhin nicht weg. Der andere Drohne ist hierhin. Da ist es aufgegangen, die Garage oder so. Das war Red Container. Das ist natürlich scheiße. Das ist in der Garage oder so. Ja. Hat das schon einer? Nö. Gott. Ich glaube, macht ihr nur Angst. Ja, mir auch. Der Fuser war bei mir kurz down. Kriegen die aber wieder. Kriegen sie vielleicht auch nicht wieder. Ja, die Impacts haben es gerissen. Wunderbar. Das Ding gehört, Alex, da oben? Ja. Oh, Mann, ey. Das Spiel, das kotzt mich an. Die sind noch da oben. Waffen wechseln halt bei mir auch gerade nicht. Funktioniert übrigens alle mit auf zwei drücken. Ja, du darfst also, du hast eine Art Cooldown, wenn du schießt. Genau, oder sowas. Das bricht es wieder ab. Dann haben wir alles Stahlwände hier. Was war denn das rechts gerade bei dir? Ach, eine Drohne. Nein, ich geh down. Die ist getarnt, die Zwitschdrohne. Hast du das gesehen? Die war voll grau. Runtergefallen. Ich dachte, das wäre eine Drohne gewesen. Ja, die schießen da ein paar Bretter runter hier oben. Auf was guckst du? Auf den Ausgang da. Achso. Das sieht sehr, bei mir sieht das so aus, als wenn er so dahin guckt. Genau gegen die Wand. Neben die Rechten, neben die Wand. Ja, so da, genau. Das ist aber ein schönes Mauerwerk. Schön parallel die Wand zur anderen. Aber da oben musst du eigentlich nicht gucken, sagst du. Jetzt läuft er oben in Gift rein und dann fällt er auf Gift drauf. Ja, gut. Der totale Giftweg. Wo ist Daniel? Hol dir das totale Gift. Da kommt einer. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Komm, lass mich weg. Oh Gott. Oh, die sind schon unten. Wo, wo, was? Treppe oder was? Anscheinend? Oder in der... Das ist doch eine Killcamp. Muss Treppe sein. Ja, das ist das Problem. Die Drohne unten. Muss Treppe gewesen sein, ja. Keine Ahnung von wo? Nee, ich wurde... Ach, von draußen, von oben. Also, bei der stärken Wände. Oh fuck, da ist... Bei mir war das bei Treppe. Ja, Treppe ist auch einer. Treppe ist auch einer. Du musst jetzt reißen, Jungs. Der Defuser. Müsst du draußen bei dem A-Rauf. A-Raum, einer drin. A-Raum, einer drin. Mach den, der Defuser liegt hier. Der geht... Nee. Warte, er kommt. Da machen sie, dass er oben hoch geht. Nee, ist unten. Der macht jetzt unten die Kamera kaputt. Ist jetzt unten die Kamera kaputt gemacht. Wir müssen noch irgendwie was unten hinkriegen, damit du weißt, dass er da... Ich habe keine Nadeln, leider. Ihr wisst, was zu tun ist. Meine Gegner verbleibt. 13 Sekunde. Kann sich fast... Ja. Zeit läuft in 10 Sekunden. Ja, der ist aufgehoben, oder? Der ist dort. Oh. Okay, jetzt weg. Aber schafft er nicht? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nicht da rein, bitte. Oh, oh. Hahaha Hallo Aber im Zukunft lagst du wie gestern Oh mein Gott Die Laser da Das heißt für die Gegner lag der auch so Muss man gleich mal gucken Ob er uns auch so laggt Ah Ah Ja, für solche Aktionen finde ich Lassian einfach mega stark Außer die komplette Übersicht Ja, das stimmt schon War halt geil, dass der Typ mit dem Diffuser auch die Garage genommen hat Als Weg War hier kein Eingang? Ich such den auch immer Irgendwo ist einer Oben Oder unten Oben oder unten Da steht schon einer Ich hab ihn aber noch gespottet Der hat's nur auf die Drohnen abgesehen Der Typ ey Am zweiten Oder sind wir noch points? Man ist ganz oben Richtig Äh, vier Leute auf der Etage Auf die Fans aufpassen Auf die Fans? Auf die Fans Rechts oben ist auf Ich ping da jetzt hin Alter, die Ford-Mitarbeiter machen grad Demo Hört man hier im Hintergrund, ne? Wir wollen mehr Geld Wir wollen mehr Geld Und Ansprüche haben Also ich könnte euch das Fähnchen hier aufmachen Ich bin so schlecht Hier wird's müdeisch Also, Kondan, vorne war einer, ne? Okay Also drei Mann im Bombenraum drin, ja? Ich wurde entdeckt Wir haben auch, weil da wo das Fenster auf ist Haben die, also in den Raum hier Gut zu hell ist denn die Scheiß Du Scheiß-Tronen, genau, ne? Wer ist tatsächlich grad zweimal überliebt? Das war der Keine Geiseln, ne? Nee, nee, Bombe Nee, Bombe Der PS kommt wieder, bitte Sag ich, ich mach dir mal einen anderen Winkel hier auf, denke ich gerade Ja, wofreundlich Ich darf mich nicht bewegen Ich bin schon wieder entdeckt Ja Das ist auch offen Scheiße, in der Tür Einer ist down Also der liegt direkt im Raum links, links Und einer kommt durch die normale Tür Diagonal von der Tür, wo Kondan und Alex grad sind Also links von dir liegt einer, Kondan Hinter der Wand, direkt links Da Der ist aber down Der kann sich durchfießen Aber der ist down Lass ihn nur nicht aufheben Ja Da geht er grad hin Ja, und Backup ist alles da Alex Drei Leute Ja, da sind drei Leute Also Das war der Support Der andere hat also noch 50 was du beim Aufheben gehabt Ja, 50 hast du beim Aufheben Ich die Bärenfalle vorher gesehen, hätte ich beide gehabt Nur war denn der zweite? Okay, war gekillt Links in der Ecke, wenn er nicht rausgerannt ist Das ist aber Echo Der hat also immer noch seine Drohnen in der Luft Ich bin bei A drinne Dann hast du, wer sagt Nee, Alex hat den Defuser Gib den mal her und mach mal deine Action Da ist er, er wechselt den Raum Einer Der ist durch die Tür rausgegangen Der hat halt die ganze Zeit gespottet Und er durchgängig Ah, ja Ähm, hallo Hallo Ich komm Ich muss da Da weiß Oh Bin das das halt Ich hätte gesagt Hinlegen Auf der Treppe rechts Ja, auf der Treppe rechts Du warst der Zweite? Okay, der In dem Raum immer noch Da ist immer noch Echo Hinlegen, hinlegen, hinlegen Immer noch, ja Geradeaus bei McFlu Rechts Also in dem Raum halt Weiß Bescheid Das war immer noch Echo, war die ganze Zeit wie gehockt ne? Einfach mal neihalten, Kopf drüber. Ja hier, Bug. Du hast uns tatsächlich kurz gesehen und... Jaja, aber Bug war das. Das ist ein Echo-Dude, ey. Voll Sponnel. Easy rasiert, mit uns Profis, ohne Platin. Bei Ford. Bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Genau.